Heute habe ich in Fortnite Season 2 eine Skybase gebaut und wollte gucken, wie meine Runde dann so aussieht. Und ich hätte wirklich mit allem gerechnet, außer mit dem, was ihr jetzt sehen werdet. Oh. Da unten ist einer. Was macht der? Er ist ja voll Lust. Was macht der? Er geht in den Wurzeln. Was haben wir gesehen? Hä? Der ist Solo. Warte, ich mache Safety first und gehe erstmal mit dem... Mit dem Juice rein. Der wird so ein One Prime... Nein.